Jetzt ist es soweit. Warum ich den Besen esse? Ganz einfach. Ich habe vor ungefähr drei Monaten das erste Mal gewonnen und da habe ich mich natürlich gefreut und Karten gewonnen. Und dann, ungefähr vier Wochen später, habe ich schon wieder gewonnen. Da habe ich gesagt, das gibt es doch jetzt nicht, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich gesagt, also wenn ich jetzt noch mal gewinnen sollte, dann esse ich einen Besen. Und was soll ich sagen, ist es wirklich passiert? Ich habe schon wieder gewonnen. Wahnsinn. Oh mein Gott, ich bin verrückt. Und deswegen werde ich jetzt diesen Besen essen. Das ist ein Reisstrohbesen. Ich denke mal nicht, dass er nach Reis schmeckt. Eher nach Stroh wahrscheinlich, wobei ich nicht weiß, wie Stroh schmeckt. Aber gut, wir werden es gleich besuchen. Oh Gott, das ist ja zäh wie sonst was. Das geht gar nicht durchbeißen. Hm, das ist ja zäh, weil es ja ein Steg harmlos ging. Schmeckt irgendwie nach gar nichts. Ja, und ja, der dritte Gewinn war jetzt für Samstag Maloka Party. Hm, vielleicht sehen wir uns da, ja. Würde mich freuen. Bis dahin, tschüss.